Eieieieiei, ist ja gut, ist ja gut, der Schmerz hört gleich auf. Gleich tut's nicht mehr weh und zwar genau jetzt. Eigentlich nicht. Genau, Chaos Nova haben wir auch bekommen, sehr, sehr gut. Hui, hui. Dann gehen wir hier links rum, Spiegel gedreht. So. Wie gesagt, die Mobs lasse ich jetzt hier aus, weil die bringen einfach keine EP mehr. Wir sind ja am Max-Level und die Troppen auch nichts Relevantes. Insofern tun wir mal so, als wäre da nichts. Genau, hier ist nämlich dieser Spiegel, das ist ein Dungeon. Ich drehe mal den Spiegel hier. So. Auch geschafft. Das ist ein Boss, der gibt sich dann später im Dungeon so eine Bubble. Schnell raus, solange die Kreatur betäubt ist. Ja, ja. Da gibt sich dann so eine Bubble, da ist er völlig immun und er müsste dann diese Spiegel, die da ringsrum sind, drehen, sodass er sich selbst mit dem Strahl trifft und damit seine eigene Bubble zerstört. Das sehen wir dann aber später in Legion im Let's Play noch später, wie das funktioniert und die Dungeon, also die ganzen Dungeons natürlich sowieso. Egal, wir gehen jetzt erstmal noch hier links rum und machen noch den letzten Kollegen. Das ist übrigens auch ein Boss aus dem Dungeon. Hier der Arsch-Golem. Warte mal kurz, nicht in Lava reinfallen. So, und da muss man nämlich hier den quasi einfrieren. Mach ich mal. So, zack. Das ist ja auch noch. Uah, nicht runterfallen. So. Und das letzte auch noch. Aua, jetzt kommt die Lava Void. Ja gut. So. Das ist der eingefroren. Kriegt auch mehr Damage aus allen Quellen normalerweise. Da müsste man dann quasi im Dungeon dann umhauen. Aber wie gesagt, das sehen wir dann später. Ja. Da kriegt man dann, glaube ich, 100% mehr Damage aus allen Quellen und kann nichts machen. Und so hoppern wir dann diesen Boss auch um. Geht auch ohne. Dauert aber 10 Millionen Mal länger und ist auch nicht wirklich effektiv. So. Dann. Wir werden es wieder abgeben und dann müssen wir eigentlich jetzt gleich nach Stormwind kommen. Schauen wir mal. Äh, warte. So. Ja. Alle haben sie alles geopfert, nur ich natürlich nicht. Wir bekommen eine Taille. Gut. Dann bekommen wir Gold und nochmal Gold. Und dann sollen wir tun, neben dem Aufzug zum Richthof der Wächterinnen. akzeptieren. Und da kommt auch schon der Aufzug, glaube ich. Oder? Ach nee, der ist gerade weg. Ja, das ist natürlich super. Ja. Und sonst so. Hm. 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 Ist das eigentlich der richtige Gürtel? Ja, das ist der richtige Gürtel, glaube ich. Ne? Ach, die sind Live-Balken. Genau, das ist der, den wir auch dann mocken wollen. Sehr, sehr gut. Wir haben fast unseren Transmog schon fertig. Äh, ich brauche nur den Wappen und Wappenrock anlegen, um den Wappenrock der Elidari mocken zu können. So. Wappenrock, der Elidari, den habe ich natürlich schon. Ich muss aber vorher einen anderen. Einmal nach oben, bitte. Ganz eine Demon Hunter hier. Ekelhaft sowas. Wie kann man nur Demon Hunter spielen? Wurchtbar. So. Dann hier durch. Lalalala. Sieht doch ganz schick hier aus eigentlich, muss ich ja sagen. Wie gesagt, das Ding hier ist auf jeden Fall dann in Legion ein Dungeon. Auch wenn es dann noch ein bisschen anders aussieht, glaube ich, an mancher Stelle. So. Ja, ja, ja. Zankt doch gar nicht rum. Schnauze. Illidan hat uns gewehrt, nie aufzulegen. Also, wählt zwischen Cain oder Altrius aus. Ihr habt den Pfad der Feiglinge gewählt. Ich habe es selbst gesehen, Bruder. Fürst Illidan wurde unserem eigentlichen Feind immer ähnlicher. Ihr habt unsere Brüder und Schwestern getötet und auf unsere Opfer gespuckt. Ja, schöner Monolog da zwischen den beiden. Auswählen. Ja, wie wähle ich denn jetzt aus? Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Der Hecken des Urteils angesehen. Achso, das muss ich anklicken. So. Ah ja, jetzt kann ich hier auswählen. Es kommt nochmal ein Video. Warte. Video sehen. Ihr wusstet nicht, was euch erwartet. Der Feind betrat unsere Welt. Mit dem einen Ziel, alles Leben auszulöschen. Sie metzlten alle Nieder, die wir liebten. Sie verwüsteten unsere Häuser, Städte und heiligsten Orte. Ihr wolltet sie aufhalten. Doch ihr habt versagt. Also kamt ihr zu mir. In euch nichts als Hass und Entschlossenheit. Und ihr erkanntet, dass Nächte, die euch einst peinigten, euer sein konnten. Jetzt seht ihr, dass kein Opfer zu groß ist, um die brennende Legion zu Fall zu bringen. Fürst Illidan, Dämonenenergie durchströmt unsere Adern, beherrscht jeden unserer Gedanken. Was unterscheidet uns von den Monstern, die wir jagen? Ihr zweifelt an unserem Meister? Wir werden nicht feige auf unsere Schlechter warten, wie die Völker Azeroths. Wir tragen diesen Krieg auf ihre Welten. Und dort werden wir die Schlechter sein. Dämonenjäger. Ihr wagt es, verdammtes, Lord Asgott, in seinem eigenen Reich anzugreifen. Eure Mission ist gescheitert. Eure Sache stört mit ihm. Ihr riecht mir mehr nach Dämonenjäger. Ihr wärt eine vortreffliche Dienerin. Niemals. Ihr wollt wissen, was uns von den Dämonen unterscheidet. Sie werden vor nichts halt machen, um unsere Welt zu vernichten. Und wir werden alles opfern, sie zu beschützen. Die Legion wird von diesem Sieg erfahren. Und sie wird euch fürchten, meine Elidari. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Ja, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Da haben sie doch tatsächlich diesen, ähm... diesen Elidan-Trailer, den sie letztens auf YouTube veröffentlicht haben, hier reingekloppt. Das ist ja ein Ding, wusste ich gar nicht. Na, siehste mal. Fürst Elidan kennt den Weg. Jetzt kann ich ja auswählen. Also. Cain Sonnenzorn haben wir auf der Beta genommen. Den Altruis nicht. Ich bleib auch bei Cain Sonnenzorn, weil ich ihn irgendwie cooler finde. Zack. Ja klar, ich pass drauf auf. So, und wir bekommen hier, äh... einen neuen Kopf, 96er Kopf. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überlassen. So, und jetzt sollen wir... ...Bastelax töten und seine Macht beanspruchen. Elbarn liegen eben so. Wo ist der? Der ist da hinten links, okay. Ähm... Da ist noch eine Kiste. Sollten nicht eigentlich die Kisten hier angezeigt werden? Da steht ja jedenfalls nichts da. Hm. Nee, Briefkastung uns mal anzeigen lassen. Ich dachte mir, die sollten auf der Map angezeigt werden. Ein Gesundheitsstein der Legion. Das ist ja toll. Aber den können wir eh nur einmal benutzen. Von daher eigentlich auch egal. So. Äh, ups. Gehen wir leider nicht durch. So. Der ist schon tot. Also wieder mal auf Respawn warten. Juhu. Aber geht da relativ fix hier. Passt schon. 685-er Waffen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt dann irgendwann jetzt nach der Prequest nochmal ein bisschen bessere Waffen. Weil mit 685 kann ich nicht viel anfangen. Das ist selbst für Warlords of Draenor verdammt wenig. Und da ist, ähm, ich weiß nicht, ich muss nachher gleich mal gucken, ob sie dann irgendwie beim PvP oder im Dungeon oder irgendwo jetzt diese Waffen, äh, diese Kriegskleven reingepatcht haben für die Demon Hunter. Ich glaube eigentlich nicht, aber schauen wir mal. Sonst wird es halt echt nice, weil du halt keine Waffen kriegst, ne? Es gibt keine Kriegskleven aktuell. Und du kannst auch nur Kriegskleven tragen, glaube ich. War nicht geguckt. Äh, jetzt wird er den Massenstun machen. Zack. Und einmal durchroffeln. So. Und ciao, Baby. So, der war weg. Und wir bekommen den nächsten Dev-CD. Sehr schön. Okay. Was kann der für Waffen tragen? Schauen wir doch mal nebenbei hier rein. Äh, Waffenfertigkeiten. Kriegskleven, Dolche, Faustoffen, Exister und Schwerter. Und das heißt, wir müssten dann quasi erstmal auf Schwerter switchen, damit wir vernünftige Waffen haben. Ist natürlich ein bisschen doof. Aber mal gucken, vielleicht gibt's, äh, wie gesagt, vielleicht gibt's irgendwelche Kriegskleven. Wäre ja wünschenswert, dass wir hier reingepatcht haben, heute. Für den Dämonenjäger. So. Okay. Ich bin Erzmagier Katgar. Anführer der Kirin-Tor. Hallo, Katgar. Azaroth braucht eure Hilfe. Und die wird Azaroth auch bekommen. Sprech mit Katgar. Ja, ja, ja. Bringe ich euch an euer Ziel. Seid ihr aber jetzt mal aufbrochen? Na klar. Gibt mal die Kohle her und auf nach Stormwind. So. Sehr schön. Ah, la, 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 la. Wie gesagt, das lese ich nicht alles vor. Das ist einfach... Bin ich nur noch am Lesen hier. Sprech mit Jace Düsselweber in der Burg Stormwind. So. Auf geht's. Wir können auch schon fliegen, glaube ich. Yep. Können wir. Sehr, sehr gut. Hui. Ach ja. Gutes, altes Stormwind. So. Wo ist denn der... Ach, hier ist er ja. Spawner direkt. 15 Gold. Und jetzt sagt er zu uns. Verwendet eure Fähigkeit Geistersicht. Schon wieder. So. Haben wir mitgemacht. Schützt den König. König Anduin. Rrrr. Das hier kann nicht warten. Unter euch befinden sich Dämonen. Ich will sie euch zeigen. Ich könnte euer wahres Wesen... Ihr könnt euer wahres Wesen nicht verbergen, Dämon. Ihr habt uns zu spät entdeckt, Idari. Teufelsklinge. Angriff. Oh. Die Portale öffnen sich. Sie kommen. Dämonen im Thronsaal. Schützt den König. Sagt er mal Furion. Und Jace, süßer, wie man sagt. Zerschmettert ihre Portale. Hinaus mit der Legion. Ja. Das noch mit links. Haben wir mal ein paar Dämonen weg. Natürlich alles hier überfarmt. Das ist halt der einzige Haken, wenn man am Patchday quasi hochlevelt. Da hat man halt immer so ein bisschen Ärger mit den Respawns. Aber egal. Hau mal her. Den da nehmen wir mit. Den hier auch. Lassen wir alle anhitten kurz. Händen sind noch zwei, drei. Da haben wir doch alle. Sehr, sehr gut. So. Die alle mit hier. Rassen es dann raus. Und den Augenlaser. Bam. Au, au, au. Ein, zwei, drei.